Herzlich Willkommen hier. Lauchstuhl am Fallen. Ja, sehr geil. Kleine Name. Kleine Name. Sehr geil. Warte mal, ich kann gucken, ob ich euch anders einladen kann. Nee, geht tatsächlich nicht. Nee, bei mir auch nicht. Nee, ich kann euch auch anders einladen. Dann müssen wir alle drei mal das Spiel neu starten. Das können wir gerne machen. Warte mal, kann ich mich aufs Spiel suchen und dann nach dir gucken? Äh, nicht, wenn ich es privat hatte. Nur Freunde. Achso. Ich bin jetzt sowieso gerade draußen. Starten wir ditte mal neu. Geht immer noch nicht. Nein. Geht ihm. Geht aber nicht. So. Ähm. Ähm, ähm. Ey, haben die das jetzt echt geändert? Nee, jetzt wird es bei mir richtig angezeigt, komischerweise, wo ich rausgegangen bin plötzlich. Okay, gut, ich habe es auch neu gestartet. Ja, jetzt auch. Ja, ne? Was ist das denn? Ich gehe nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe auch nach Hause. Ach, ich bin schon zu Hause. Nee, dann gehe ich nicht nach Hause. Was eine Rotze. Ich gehe zu frisches. Ähm. Ah, hast eingeladen. Hier, guck mal. Nochmal Spiel starten. B starten. In die A. 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 B. Aktualisiert aber dir jetzt auch. B, B, B. Nee, nee, passt. Passt. Alles gut. Bei mir hat er jetzt aktualisiert, obwohl ich es eben schon gestartet hatte. Äh. Äh. Ich bin wohl drin. Also du bist drin. Du bist in der Lobby drin. Ja. Das sehe ich hier. Warte, der hübsche Mann kommt auch gleich? Ach ja. Ich bin schon ganz feucht. Mach hier nur... Ah, wisst ihr, was ich heute als Zielwasser trinke? Sag an. Wasser mit Minze. Äh, kein Hörner-Whisky, sondern Leitungswasser mit Minze. Da geht doch. Ja. Oh. Okay. Gibt nichts Besseres. Schmeckt wie Berliner Luft, knallt nur nicht. Ich kann's schaffen, dass es knallt. Oh, das wird doch knallt, ne? Alter, Kaya ist bei dir schon ein Gewinner? Ja. Ja, ja. Echt? Ist tatsächlich gerade so ein bisschen als gegrummelt. Oh, dann kommt das zu uns auch. Ich denke, so zwei, drei Stunden davor. Ja, aber nur minimal. Ich glaube, das war ja dein Magd. Ich glaube, das war ja dein Magd. Das ist zweimal grummst, also. Okay. Ich glaube, das war ja dein Magd. Rasenbrüllkäfer. Äh, 11. Dein Magen. Dein. Ah, ich bin breit. Es ist jetzt nicht der Rede-Event, was das jetzt hier gerummelt hat, also. Dein Magen. Welcome to Kackgolf. Schwanzgolf? Ähm, 11. Ähm, nein. Oh, nicht springen, dann kommt da gegen den Stein. Nein. Ich dachte immer, bei diesen Dingern geht das übelst schnell, aber wir eiern ja hier gerade rum, wie die letzten. Nein, das ist auch nicht so genau. Das kommt drauf an, wie der Entwickler es eingestellt hat, der Map. Oh, jetzt rutschen wir aber dran vorbei, das geht ja noch langsamer. Ah. Nee, du nicht. Oh Gott. Oh, ich habe nicht gelesen, was da stand. Good luck. Good luck. Good luck. Alter, das heißt, ich sehe gut aus. Sie ist bestimmt wieder vorbei. Aber das ist durchaus möglich, Tata. Das ist durchaus möglich. Äh. Ja. Äh. Oh. Ah, so eine Map ist das. Nicht über die Linie. Jo. Ah. Nein. Doch. Gern geschehen. Das war eher geil. Oh, auch ein Hole in. Nice. Aber sowas von. Äh. Ah ja, ich verstehe. Nein. Ich bleibe stehen. Nein. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich kam erst zum Schluss. Ich war in der Mitte. Bin dazwischen gefallen. Das schaffe ich nicht. Ja, das ist das Problem. Du warst aber bei mir. Du warst aber auf der Linie. Ja, ich war auch auf der Linie. Aber falle rüber, wenn du da rüber gesprungen bist. Denn fallen wir alle. Fuck off. Ja, genau das meine ich. Wir fallen alle. Oh, das gibt's ja nicht. So, das bringt mich grad hier schon einmal ein Stresslevel. Ey, frag mich mal. Boah. Du wirst doch gar nicht, was Stress ist. Gestresst. Du bist Kaya, weiß es nicht. Wee. Wee. Hast du ne Ahnung. Ja. Das Leben ist so schön. Alter, der war nice. Ja. Ein letztes. So, das war's für heute. Tschüss. Jo. Tschaui. Wee. Ah, du Kacke. Ah, okay. Das ist echt ein bisschen tricky hier. Okay, ich verstehe. Oh, scheiße. Ah, okay, okay, okay. Mhm, ich verstehe. Nein. Ja, der war gut. Hat eigentlich niemand meinen schönen Hut bewundert bisher? Dein Kackehut? Ja, mein Kackehut. Nein, ich bin vorbeigeruscht. Nein. Nein. Scheiße. Kleines Arschloch. Warum machst du einen Kackehut auf? Ich bin rausgefliegt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ihm los. Die eine, die eine Antwort verdient. Hm. Irgendwann. Wenn du alt genug bist. Nein. Mein sehr junger Padawan. Ich bin drin, das war ja einfach. No. Oha, ich bin nicht mehr letztes. Wir sind beides letztes. Ich verstehe. Oh. Was? Okay. Oh Gott. Frustlos lacht sich oben schlapp. Es kommt hier noch nicht an. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja, 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 ja. Das ging schnell. Ja, ja, ja. Jawollo. Supi. Nein. Herr Zylinder. Da muss ich hin. Das war einfach. Ja, geht doch. Habt ihr das gesehen? Hast du noch gut gemacht? Habt ihr das gesehen? Kann man hier sehen. Nein, 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 nein. Ganz böse Fehler. Was hast du jetzt gemacht? Die, die, die Fahne ist weg. Jetzt nicht mehr. Die Fahne ist weg. Ah, jetzt. Da ist sie wieder. Ja, genau das auch. Das ist mir auch passiert. Scheiße. Scheiße. Also ich bin drin. Schön für dich. Kauf dir einen Keks davon. Ne, die sind zu teuer. Ne, die sind zu teuer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, die was? Du verpieptest Mistding. Nein, Kajus. Uptus. Kajus, Bakus. Kajus, Bakus. Nein. Hey. Hey, ich verstehe das Prinzip nicht. Wir sind doch hinter dieser roten Linie. Nein, da ist ein rotes Kreuz. Ja, da sind auch zwei Xe. Da ist ein rotes Kreuz noch. Ach. Dann springen wir einfach. Das deutsche, das deutsche rote Kreuz. Nein. Der Springer hat geholfen. No, no, I... Idaria. Ja, das ist mein Name. Ja. Das war ganz knapp. Nein. Oh, das war zu weit. Das, das war zu weit. Ja, ne? Oh, das war zu weit. Das, das, das auch. Oh, oh, der verhungert. Ja, war ja auch verabsichtigt. Oh, der war zu weit. Oh, der war zu weit. Uff. Jetzt kommen wir da hoch hier. Warte, ich fang, ach so, das Ding meinste. Ja, nein. Oh, ei, ei. Oh, ei, ei. Er hat ja auch mal wieder geübt. Auf jeden Fall. Das erste Mal wieder bei Steam Online. Aber ich hab bestimmt schon drei Jahre geübt. Ja, natürlich. Oh, nein. Was hab ich denn gemacht? Ja, ich auch. Oh, ne, wie lieg ich denn hier jetzt? Cool. Cool. Cool doch. Nein. Jo. 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 Ich wollte dich reinkicken. Wieso, du bist doch... Ja, aber nicht Frisches. Aber nicht Frisches. Ja, aber nicht Frisches. Ja, aber nicht durch mich. Ach so. Äh. Ja. Ja, ich... Hä? Was denn? Nee, jetzt hier. Die Map jetzt hier. Vorne ist das direkt das X. Also, wo müssen wir hin? Ah, ich seh schon. Okay. Ich nicht. Wo? Was? Hallo? Was ist das denn? Das ist mir nicht gemein. Lauf! Wer war das? Oh! Fast mit nur Schlägen. Drinnen. Weißt du? Ihr seid da unten. Ich fliege. Ich falle. Ja, stimmt. Oder was denn? Ich hab's fast mit nur Schach gekriegt. Du bist immer voll außerhalb der Map. Was ist denn mit dir los? Was ist denn da passiert? Ich weiß. She believes she can fly. Ich seh die Mütze nicht mehr. Ach, dahin. Fly, fly away. Okay. Strange. Nein, bitte nicht nochmal. Ja, das sieht gut aus. Ja. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Scheiße. Das ist ja mies. Nein. Ja. Nein. Nein. Hoppala. Oh, Alter. Ey, das ist Neuseeland. Ich seh das. Das ist Neuseeland. Alter. Ich bin ja noch feiner weg jetzt eben. Ich hab's genau gesehen. Nein. Du musst in der Mitte einfach liegen bleiben erstmal, glaub ich. Oder Glück haben. Du hast ja kein Einfluss drauf, ne? Wenn diese Räder da sie... Ne, hast kein Glück. Rumschubbeln. Ne, ich hab sowieso kein Glück. Bös. Doch in der Mitte kann sie ja liegen bleiben, ohne dass was passiert. Guck. Vielleicht kommt mir noch nicht mehr weg. Das... Ne. Das ist das eigentliche Problem. Aber, äh, uns hast du geholfen, also kannst du stolz auf dich sein. Du bist ein... He, he, he. Ich wollte alles andere machen, nur nicht euch helfen. He, 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 he. He, he, he. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. Oh, drin ist er. Ja. Da... Da ist die Kacke im Loch, du. Die goldene Kacke, wenn ich bitten darf. Die goldene Kacke. Die goldene Kacke. Oh, oh. Ich hab's gar an. Okay, und muss hier wieder der Haken? He, 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 he. Irgendwie trau ich dem Braten noch nicht so ganz. Oh. Ja, genau, genau. Natürlich. Benz, hab ich's diesmal geschafft. Ich auch. Ach, komm. Das war doch einfach. Ja, ne? Piept doch die Henne, ey. Nee, die kräht. Wie ein Rabe. Äh, äh, äh. Ach du Scheiße, wir sind hier völlig am Arsch, ey. Jupp. Jupp. Sind wir. Also, eigentlich nur noch ich. Huh. Dein Ernst? Ja, ja. Habt ihr das gesehen? Wo willst du denn hin, Mann? Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Ich lass das mal Fotos machen. Oh nein. Gumm. Oh. Ah. Nimm ich. So. Das war etwas zu kraftvoll, glaub ich. Kraftvoll. Wie ein bisschen, äh, äh, hippo. Äh, hippo, hippo greif. Nee, die gibt's ja nicht. Der kommt! Nein! Ach, leg mich doch am Kackepo. Ja, aber wo denn sonst? Hüpf doch einfach rüber, weil das vielleicht nicht einfacher war. Nee, weil dann ist man hinter der Linie wieder. Ach so. Dann fliegt man wieder weg. Hat ihn nämlich vorhin. Jupp. Hä? Hmhm. Nein! Oh. Jetzt fliegt er auch fly. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Gleitungsversorgung und Minze, lass sein. Ja. Ich hab ihn vorgewarnt. Ich hab ihn vorgewarnt. Weil irgendwie bist du sonst besser. Ja. Ich hab ihn vorgewarnt. Ich bin unschlachtbar sonst. Ja, schlachtbar bist du wirklich nicht. Oh nein! Ich will's dann nur ein bisschen spannend machen. Natürlich. Äh, soll ich dir das jetzt wirklich glauben? Jo. Okay. So, letzter Schlag. Ach. Der wird's. Der wird's auch. Der wird's Haus? Ja! Der wird's Haus. Wie ist denn? Der wird's doch auch. Der wird's Haus, Alter. Frau wird's Haus. Frau wird's Haus. Alter, wie gut ist ein Kajos? Ja, ne? Ja, ist so, ne? Das ist beängstigend. Ich bin der Beste, der Beste, der Beste, ne. Ja, der Beste, der Beste, der Beste. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendwas stimmt mit der Kajalake nicht. Oh, Scheiße. Nee, alles gut. Ich verkack jetzt wieder. Alles gut. Hm. Der Hund hat gefurzt. Das bringt mich jetzt voran. Hm, das bringt mich jetzt voran. Das freut mich. Ja, ne? Wieso seid ihr denn schon da obbe? Also, ich bin gleich im Loch, wenn ich... Ich hab'n Loch. Jo, drin, Birdie. Huh. Ich hab'n Loch. Ja, jeder hat'n irgendwo. Ja, hinten am Rücken. Meine, äh, Wunde. Ja. Ich wurde nämlich operiert. Es kommt, es rollt ja nicht, dass ich... Ach. Nee. Nein! Hu dich doch, ey, ehrlich. Oh Gott, hab' ich da Glück gehabt. Hallo. Hi. Das war ein bisschen zu weit. Scheiße! Nein! Alter, das war aber sehr viel zu weit. Wo bleibt er denn? Oh, nee. Und jetzt rollen wir immer bis ganz runter. Nee, nee, da ist ne Kante. Nee, eben nicht. Ach, der auch, ey? Ja, ja, natürlich. Ja, doch. Hey, da war ich doch grad schon mal. Warum mich denn da... Weil du vor der Kante warst. Nein! Wo hab' ich denn da? Okay, das ist echt mies. Das tut mir grad sogar leid. Sorry, Schatzi. Oh Gott, okay, das ist ja echt mies, ey. Das ist das Spiel, ich spiel nie wieder mit. Mein armer Frische ist... Ja, jetzt kommt das eigentlich schwieriger hier erstmal. Ja, anhalten, ne? Erste Kante. Nee, da oben erstmal liegen zu bleiben, ohne die roten Striche zu berühren. Oh! Nein! Ein! Oh! Nicht hüpfen, mach keinen Scheiß. Nicht hüpfen. Nicht hüpfen. Nein, ehrlich. Scheiße. Ach, du bist wieder ganz am Anfang gewesen. Jo. Scheiße, ey. Hallo Timmer. Hahaha. Guten Morgen, ihr Löcher. Timmer! Timmer, Timmer. Wie geht's dir? Ich, äh, 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 ich antworte dir nachher auf deine drei, vierhundert Nachrichten bei WhatsApp. Hat er Romane geschrieben? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nee, er hat mir grade vor ein paar Minuten, glaub ich, geschrieben. Ah. Der Hübsche. Ah, der flittet ist drin. Oh, ich riech schon richtig nach Schweiß wieder. Hahaha. Hahaha. Ja, wann meine ich? Äh, Gratulation. Okay. Okay, 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 okay. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ähm. Nein! Verstehst du? Nein! Nee, ich verstehe nicht. Ein Duschen hilft. Ja, stimmt. Aber kann er ja grad nicht. Nein! Er ist ja grad invalide. Nein! Ja! 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 Du liegst ja super! Weißt du das? Oh! Double Bock, ey! Na, das geht doch. Nein! Was tut du da? Ja, ich muss da rüber hüppen. Bist du blöd? Was? Kannst du nicht? Ob du dumm bist, hab ich gefragt. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ein paar Romane für meine Lieben. Oh Gott! Oh Gott! Hier geht nur grad die Welt unter. Oh, bei dir? Echt? Alter, wie soll ich das denn machen, ey? Hier ist doch gar nichts. Hier scheut die Sonne. Glaube ich. Immer noch. Oder diese Welt geht unter. Sag mal, du lernst es auch nicht. Du sollst doch lieber die... Ja, was soll ich denn machen? Ja! Es gibt 30.000 andere Wege als den. Nein, gibt es nicht? Ja doch! Leg die doch gerade in die Mitte. Einmal zu den Seiten und dann gerade in die Mitte. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Banananuss! Banananuss! Oh, ich habe einen Kater! Ich habe einen Kater! Hecht? Du hast doch noch gar nichts getrunken. Oder kommt das von deiner Minze? Hm. Wenn bei Timothy die Welt untergeht, dann geht es bei uns auch gleich unter. Das zieht eh wieder vorbei. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich habe einen Back ausgelöst. Scheiße! Ja! Das war es schon? Ach komm! War einfach, oder? Das ist scheiße! Ja! 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 Das ist mega scheiße! Mann! Ich und Back auf! Ne! Okay! Funktioniert das schon? War ich das? Ich bin in dein Rohr rein! Ja! Ich bin in dein Rohr rein! Ja! Das war noch oben! Deswegen bin ich da rein! Was macht Banu? Du kannst entweder nach unten oder du kannst versuchen, im richtigen Zeitpunkt zu springen! Ich habe es eben nicht geschafft! Ah! Ich habe eine Idee! Ah! Ah! Das war eine Scheißidee von mir! Doch! Oh nein! Meine Reiche ist ganz nach unten! Oder was? Nein! Nein! Das wird nichts! Nein! Das war eine ganz blöde Idee! Nein! Bleib doch da! Wo liege ich denn jetzt? Wie kann ich nochmal zu meinem vorigen Standpunkt? Ich mache R! F! Ah! Okay! F wäre besser gewesen! Ihr verliert sowieso keine Punkte, wenn ihr euch jetzt zurücksetzt! Ich habe es ausgestellt, glaube ich! Och nö, ne? Doch! Ich verstehe! Guck an! Och nö, ne? Doch! Geil! Nein doch doch! Ja! 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 Oh! Safe Zone! Ja! Da will ich auch hin! Ja! Da wollte ich die ganze Zeit! Das hat doch nicht so funktioniert, wie ich wollte! Nein! Was? Die Frage geht an dich, Fruscher! Nein! 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 Was? Wo bin ich denn hier? Hä? Wo bin ich? Du bist in der... Ja! Ähm! Ich versuch's einfach! Hä? Hey! Äh! Ich glaube, Fruscher hat wirklich einen Bug ausgelöst! Wie seid ihr schon beide drin? Ja! Ja! Kai ist schon ganz lange und... Nein! Nein! Äh! 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 Mein Loch hinten meinst du? Timmer? Ja! Äh! Mein Loch hinten? Ja, geht's ganz gut! Und... Danke der Nachfrage! Du bist wenigstens in der Safe Zone, wenn du jetzt keinen Mist baust! Ich und Mist bauen? Äh! Äh! Ne, alles gut soweit! Äh! Äh! Tut ein bisschen weh, drückt ein bisschen das olle Loch da, aber... Alles gut! Alles gut! Nein, nein, nein! Ich wollte... Oh! Wenn... Also kein Bein schweiß, glaube ich, was hier gerade los ist! Ihr müsst, glaube ich, ganz... Ganz langsam, glaube ich, in das... Feld rein! Und hoffen... Dass er uns auch rumbringt! Und wegzuschmeißen! Äh! Und dass wir nicht wie ich hier in der Luft hopfst! Wenn ich nicht gestorben bin, dann hopse ich noch heute! Ach komm, ich bin nicht genau an dem Ding und der... Äh! Psst! Was ist das denn für eine Kacke? Weh! Ja! Man muss auch mehr Glück haben! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Hahaha! Ne! Ne! Sanft in das Ding rein! Guck mal, das ist sanft! Nein! Und schrei mich nicht an! Oh, das gibt's doch hier nicht! Wirklich mit Gefühl! Nein! Doch! Ja, ja, ja! Nein, nein, nein! Wirklich! Ja, nein... Wirklich? Und? Wirklich? an weil ich war schon oben und dann bin ich da irgendwie liegen geblieben so wie jetzt wahrscheinlich aber du magst doch die sahne ganz ruhig was wer hat diese map hier ausgedacht ich nicht der macher ja ich bin drin ja das ist nicht euer ernst oder schiedsicher glück naja so geht es auch so kann man sich auch schützen der hat mich angebummt so ladies and gentlemen ich auch mit ansagen das ist ja ohne ansage wenn ich mich dann gewesen wäre bevor ich es gesagt habe so leute ich gewinne die runde die kanaloni ich wollte sagen die person die auf der bahn könnte sich da mal verpieseln gerne was kann ich denn dafür wenn du da liegst wie geil ich glaube er war so schön heiße ja so gut hingekriegt ne das war es war ein film ein du wirst jetzt noch mal an er geht vorbei er punkt sich nicht wo ich warte gerade jetzt das ist aber schwierig Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja, nein, nein, nein. Es geht jetzt hier einer rüber, oh Gott. Huh, drin. Boah, Birdie. Bleib stehen. Bitte nicht, nein. Bitte nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, der hat immer spannend gemacht, der Junge. Nee, die Kaya-Lake macht spannend. Ehrlich, ey. Beiß die Wand an, ey. Beiß sie an. Boah. Boah. Oh, das habe ich verloren. Hau es hoch. Oh, oh. Hey. Wie auch immer das war. Nein, einfach nur nein. Oh Gott, wie soll man das denn schaffen? Oh, oh, der Packer. Der Packer. Der Packer. Der Packer. Ja. Ich habe mein Bildschirm angesabelt. Ja. Also im Wasser bin ich schon mal. Ja, im Wasser war ich eben auch. Das sieht nicht gut aus. Nein. Nein. Ja, stimmt. Wie soll man das denn schaffen? Das ist eine rechtliche Frage. Ja, 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 ja. Ich schaff's. Nein. Nein. Oh Gott, was passiert hier? Rein da. Oh Gott. Huh. Bin ich drin? Bin ich drin? Ich bin... Nein. Bin ich? Hallo? Was passiert mit mir? Hallo? Ich werde ausgekippt. Hallo? Hallo? Hä? Wie du bist ausgekippt? Ich bin in irgendeinem Eimer drin. Ja, ich auch. Und ich werde gerade ausgekippt. Und an den Anfang... Wieder zurück. Ja. Man muss jetzt... Man muss Hole in One schaffen. Und ich war ein Zentimeter dahinter, ne? WTF. Hole in One. Ja. Wie willst du das denn schaffen? Geht nicht. Ich falle irgendwie. Ah! Da bin ich ja. Äh... Nein. Oh, wo flieg ich denn hin? Nein. Das war alles aber zu weit. Knapp. Noch gar nicht schaffen, ey. Nope. Hole in One? Das war... Ebenfalls... Äh, warte mal. Da hätt ich da so ne... so ne... so ne Rampe rechts runter. Nein, das ist... Dingens. Das ist da, wo du am Anfang runtergerollt bist. Jo. Ah, okay. Okay. Ich hab mich mal gleich aus dem Arm heraus teleportiert. Okay, ne Nummer. Zu kurz. Hi, Kaya. Hallo. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Komm schon. Ah. Einmal verpiesel dich da mal. Oh. Warte mal. Weg. Ja, okay. Wieder. Ey, jetzt mal. Das kriegen wir doch hin. Ich bin raus. Ich denke auch. Oh, nur noch 17 Sekunden. 14, 13, 15, 11, 9, 8, 9, 6, Oh, letzte. Ne, zu kurz. Das schaffst du nicht. Ne, das kann man noch nicht schaffen. Oh Gott. Booser. Nein. So, letzte. Nein. Schwungen machen. Ey, wer hat das gesagt? Das ist ein Getränk. Ich darf das. Boah. Ja, das letzte konnte man nicht schaffen. Das geht nicht. Das wäre eine Idee. Was? Oh, ich habe so lecker gegessen, Kajus. Es gab so ein schönes. Nacken-Steak vom Nacken-Schwein. Ja. Ähm. Vom Nacken-Schwein. Vom Nackentier. Nacken-Steak. Und dazu eine richtig schöne Pfefferbraten-Soße. Ui. Bohnen. Und Bohnen. Leider noch nicht aus dem einen Garten. Obwohl wir Bohnen gerne essen. Ich esse Bohnen gerne. Du. Ja. Und den ganzen Garten voll mit Bohnen haben. Wir ernten wahrscheinlich dieses Jahr 15 Kilo Bohnen. Auf meinem Wunschchen. Das ist ordentlich. Und äh. Ich wollte Bohnen haben. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das war's. Mehr gab es dazu nicht. Das finde ich gut. Ich brauche ja nicht so Kohlenhydrate oder so. Brauche ich nicht so viel. Wobei unsere Kartoffeln bald fertig sind im Garten. Aber nur der eine Pott. Also die zwei Pötte. Ja. Doch, es waren zwei. Glaub ich, oder? Zwei, genau im Abstand von ein, zwei Wochen habe ich die einen gesät. Wie? Liebe Liebe! Nee Sanfield, kann ich nicht sagen.